jojo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren runde survival games hier auf SG7 und zwar ist jetzt gerade ein bisschen wieder so spontan da so sticht auf wie fast immer ja deswegen warten wir jetzt einfach mal bis die zeit hier abgelaufen ist und dann gehen wir hier rein weil ich habe ein bisschen was zu erzählen das erste was vorhin gerade erst passiert ist war dass ich gerade den remis trinkt dabei hat er heute den 100k stream gemacht und dann gleich mir guckst du den an dann bin ich so den halt so nachgeschöpter so weil ich bei den arena drin mit nur noch haben wir schon die ganze aufs geld so zusammengeschrieben dann dann habe ich rewi ein bisschen wie sich wie er sich ausrastet vor allem wir wie ausrastet wenn ich mir ich habe die ganze verarscht und da war dann ein bisschen dumm und so von der firma aber ja das war jetzt das erste war zwar irgendwie gar nichts wichtiges aber jolo muss gesagt sein das zweite ist zu meinem neuen pc ist ich kann jetzt auf die hl nachgucken also die sendungsnummer und so wie weit das schon ist also wie weit schon da ist und dann kann ich euch da mal ins green jetzt einblenden wenn ich nicht vergesse dann seht ihr ja die zweite stufe schon da ist schon fertig ja also heißt er wird bald da sein schätze ich mal dann läuft die ganze sache an dann habt ihr unsere pc und dann wird alles viel geiler und die dritte sache wäre zudem 5000 abonnenten ich weiß nicht ob ich bis 3000 bis 3000 genau bis 6000 warten soll weil die auch schon fast da sind wir haben schon fast wieder die 5000 verwundert das ist echt deswegen weiß ich ob ich warten soll oder nicht weil auf 6000 abonnenten werde ich dann nichts machen und 7000 auch nicht 8000 auch nicht 9000 auch nicht und dann als 10.000 werde ich dann mir wieder mal was gönnen organisieren oder sowas und joa nur dass ihr bescheid wisst wieso dann nichts kommt ich werde mich zwar dann unter dem videos mal bedanken bei euch aber damit nicht irgendwie zusätzlich im special kommen außer wenn ich einfach mal so drauf bock habe ich will jetzt das ganze zeit nicht mehr ja und jetzt für ein abonnenten special habe ich ja gerade angesprochen werde ich jetzt bescheid eine hardware vorstellung machen nach weihnachten weil ich jetzt weihnachten erst mal eine ganze neue hardware bekommen und jeder super duber richtigen einstellen heißt ich werde damit meine sexy handy kamera vielleicht haben wir noch eine normale kamera werde ich erst mal fett ist voll schön auf eine voll beste quali nein also die qualität ist nicht gut deswegen weiß ich auch nicht ob ich euch das zu zeigen soll also in bildern einblenden soll oder ganz wieder dazu machen oder keine ahnung und ich bin auch gerade noch so ein bisschen am arbeiten dran ich habe ja schon mal vor längerem gesagt dass ich so ein rap song machen wollte machen will und da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen so an durchgucken looken und so und den beat den habe ich schon mal also welche musik der dann so dran kommt aber der beat wird nicht von mir handeln sondern von survival games hier er wird dann heißen der war war oder so keine ahnung wie ich den genau nennen werde deswegen mal gucken lasst euch auf jeden fall überraschen ich weiß nicht ob das so gut wird ich habe mich ein bisschen gedanken über den text gemacht ja keine ahnung also ich bin dazu in dem zeug von den firma also von texte schreiben sinnvolle texte schreiben nicht so und einfallsreich bin ich auch nicht gerade so deswegen ja keine ahnung also ich glaube ich werde eher so über random killer so dass sie ein bisschen aufhören so damit und so also ich sage immer random killer ich meine natürlich targeter dass sie aufhören wegen punkten und so und wegen wegen hackern und so noch muss ich mir noch was einfallen lassen vielleicht dass ich mir auch irgendwie helfen bei leutern oder so was die so stört du wechsel kommst her von meinem fremmer tschüss von der das haben vor ich mir natürlich oh was ist ein glück man was ist der ich weiß der helm ist unnötig zu wechseln aber ich muss trotzdem war der typ der hier geklautet am sporn das ist klar ich habe ich eigentlich vergessen ja keine ahnung damit schaffe ich das nur noch alle hinterkommen bitte 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 ich habe zwei nachrichter um skype wieso das schon wieder ich werde mal nie noch bleiben an jetzt bin ich auch noch mal gucke ich immer nach aber jetzt ich kann nicht ich sage ich sogar jetzt wer mich hat jemand geändert ich nehme kein auf mein breit privatschreibaccount an und der klatschen tja exklusive status meldungen und ich nehme das gerade am 20 den habe ich gerade über cool cool hey leute das ist das ist jetzt von zweitem gekehrt wird also ich muss schon echt sagen die ich lade die runde einfach so hoch weil dann ist natürlich wieder so ein team hier und das war kein ja is das ist wieder mal typisch ähm so leute die wo man die sind gut und sind in wirklichheit eigentlich richtig scheiße die wo nichts drauf haben ähm egal ich habe die runde schon viel erzählt und wenn ich das noch mal alles neu aufnehmen dann verhast mich wieder blablabla auf jeden fall ähm das ist schon wegschau ich habe sowieso leute die schreibe weil es ist vor allem weil er mich nicht mehr einmal angehittet hat ähm ja deswegen hättet ihn ja hättet ihn auf jeden Fall in der runde wenn ihr gewandert lasst ein like da und schreibt doch in die themen über was ich dann in dem rap song blablabla was auch immer dann so schreiben soll wenn ihr gewandert lasst ein like da und wir sehen uns das nächste mal schau 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 Oh, 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 oh.